Wir sind hier in der Nähe von Göppingen und wir leben hier in einem Einfamilienhaus mit ca. 125 Quadratmeter und es ist gebaut im Jahr 2001, 2002 ist es gebaut und das haben wir es auch bezogen. Vorher war hier eine atmosphärische Ölheizung drin und die Anforderung war einfach Öl raus und was Regeneratives auch aufgrund von der Gesetzeslage. Dadurch sind wir dann auf die Wärmepumpe gekommen. Mit dem gewählten Modell der Compress 6800 erfüllt die Familie Braun schon bereits jetzt die gesetzlichen Anforderungen wie das Erneuerbare Wärmegesetz Baden-Württemberg sowie das Gebäudeenergiegesetz und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Wärmewende. Wir haben draußen das Außengerät, wir haben hier drin den sogenannten Puffertower, wo die ganze Technik verbaut ist, alles schon vorinstalliert und auch die elektrische Verdrahtung ist größtenteils schon erledigt und wir haben noch einen 70 Liter Pufferspeicher mit drin. Die Familie Braun hat zudem hier eine PV-Anlage installiert, welche sich über unser Regelsystem perfekt für die Warmwasserbereitung und den Heizbetrieb ergänzen lässt. Wir kriegen die Bestellvorschläge ziemlich schnell zugeschickt. Wenn ich eine Anfrage an der Herr Müller schicke, ist die Kommunikation, läuft ohne Probleme. Auch bei der Anlagenplanung, klar, über das Auslegungstool mache ich dann auch oft selber, klar, aber meistens gebe ich die Anfrage eben rein und dann entwickeln wir eben gemeinsam ein Konzept dazu. Also für uns die großen Pluspunkte sind auf jeden Fall die geräuscharme Anlage, die ist wirklich sehr leise und auch für uns vorteilhaft war, wir mussten unsere Heizkörper nicht erneuern, wir konnten mit dem bestehenden weiterarbeiten. Also der Kunde hat die Möglichkeit mit unserer Homecom Easy App auf die Anlage zuzugreifen, kann seine Heizkreiszeiten optimieren, seine Warmwassertemperatur auswählen, kann seine Energieverbräuche dementsprechend rauslesen und mit verschiedenen Heizperioden vergleichen. Wir freuen uns natürlich deinen kleinen Beitrag für die Umwelt zu leisten mit der Wärmepumpe und in Kombination mit unserer Photovoltaikanlage, weil so kann man einfach effektiv heizen.